5 Schachfakten. Einer stimmt nicht. Schreibt die Nummer in die Kommentare. Die Linien auf einem Spielbrett legen 204 Quadrate und 1296 Rechtecke fest. Das Brett kann entlang der Linie mit 146 grundsätzlichen Verfahrensweisen in einzelne quadratische Stücke geteilt werden. Anzahl der verschiedenen möglichen Stellungen nach den ersten Zügen in einem Schachspiel ist folgende. Dr. Emanuel Laska war knapp 27 Jahre Schachweltmeister. Diese Stellung kann nicht legal erreicht werden. Es gibt ein Musical namens Jazz. Ich hoffe euch hat es gefallen. Schreibt den Fakt, der nicht gestimmt hat, in die Kommentare.